Die große Liebe zu finden ist ein langer Weg, den man besser mit Freunden geht. Das da sind meine Freunde. Günther. Ich setze mich mit dem Kinderthema total unter Druck. Nachdem sie die Pille abgesetzt hat, will sie jetzt andauernd Sex. Klingt doch gar nicht so schlecht. Guido, kannst du nach Mallorca kommen? Was denkt an? Sagen wir, ist Rauchen nicht verboten im Stand im Herzen? Keine Sorge, meine Kardiologin passt sehr gut auf mich auf. Und Bronco. Sag mal, könntest du mich ins Kreipenhaus fahren? Und das bin ich, Paul. Was in aller Welt machst du auf Mallorca? Ich wohne hier. Und du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Frau. Wisst du, wo Günther ist? Hallo, Schatz. Hallo. Da musst du jetzt durch. Wir sind Gegner. Wir lieben die gleiche Frau. Hast du was getrunken? Drei Bier, die Flasche Wein, die zwei Jarbas und dann das andere Zeug. Kontroll der Alkolemia. Continue. Ich mag die Spanier. Patrick war Mutters Liebling. Dann werde ich mir in den Mühe geben. Ich weiß zwar nicht genau, was passiert ist, aber es ist bestimmt nicht so, wie du denkst. Ups. Ich rauche jetzt nur noch nach dem Sex. Auf die Weise rauche ich nur noch vier bis fünf Stück am Tag. Tiere, die im Fahrgastraum befördert werden, dürfen maximal sechs Kilo wiegen. Da gibt's keine Ausnahme. Zur Blindenhunde. Konfuzius sagt, fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So bleibt dir Ärger erspart. Wie bleibt mir noch mal Ärger erspart? Best gear. Proc Scott. Mhm. 's aus. K Astan. Jakob. Schönei. PSG-Snice. generous Denis Zきます. Rob. Das Trauet- Wie Ada Amazon.